Mit Dancing on Ice startet Sat.1 einen neuen Versuch, Promis auf Schlittschuhen tanzen zu lassen. Die Jury kann sich immerhin sehen lassen. Wie der Sender am Donnerstag bekannt gab, wird Deutschlands größter Eiskunstlaufstar Katharina Witt in der Jury sitzen. Die zweimalige Olympiasiegerin wird die Leistungen der Promis gemeinsam mit Daniel Weiss, ebenfalls ehemaliger Eiskunstläufer, mittlerweile kommentiert er Wettkämpfe für die ARD, und Profitin Sakhil Kalei bewerten. Unternehmerin Judith Williams kompletiert die Jury. Sie war zuletzt bei Let's Dance selbst als Kandidatin dabei und sollte sich so besonders gut in die Lage der Teilnehmer hineinversetzen können. Und das sind die Promis und ihre Profipartner bei Dancing on Ice, Entertainerin Desiree Nick und Alexander Garci. Sängerin Sarah Lombardi und Joti Polizioakis. Kirby-Model Sarina Nowak und David Windzur. Moderatorin Alexandra Bechtel und Matti Landgraf. Musikstar John Kelly und Annette Düttert. Pop-Olympiasieger Kevin Kuske und Miriam Leuenberger. Schauspieler Timur Bartels und Amani Fensi. Tanz- und Fitnesscoach Detlef Sost und Katrypkowski. Die Show wird live aus Köln gesendet, Starttermin ist der 6. Januar um 20.15 Uhr. Moderiert wird die Sendung von Marlene Lufen und Daniel Boschmann. Dancing on Ice lief 2006 bereits bei RTL, fast zeitgleich bei ProSieben das Format Stars of Ice. Während die RTL-Variante bereits nach einer Staffel abgesetzt wurde, ging die ProSieben Show 2007 in eine zweite Runde. Musik Musik